Mein Name ist Robert Pflaum. Ich renoviere alte Häuser und für mich ist es wichtig, dass mein Produkt, meine Dienstleistung am Ende auch zum Kunden findet und Kunden davon erfahren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach sehr sinnvoll ist, mit Experten zusammenzuarbeiten, die einen deutlich schneller voranzubringen. Und deswegen habe ich mich für eine Zusammenarbeit mit Sven im Marketingbereich entschieden. Wir haben eine Webseite gebaut, wir haben das Logo entwickelt, wir haben die Schriftarten entwickelt, also wir haben das ganze Branding neu aufgesetzt, wir haben Marketingkampagnen aufgesetzt und gesteuert und das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Also für mich war wichtig, dass Sven immer sehr schnell geantwortet hat, klar definiert hat, wann ich mit einer Antwort rechnen kann, dann auch geliefert hat, also verlässlich war und auf der anderen Seite aber auch die kreative Ebene mit eingebaut hat. Und ich mich eben da auf jemanden verlassen kann, der zum einen sehr strukturiert ist, auf der anderen Seite aber auch kreativ. Und diese Verbindung dieser beiden Kompetenzen findet man einfach nicht häufig und deswegen habe ich mich für eine Zusammenarbeit mit Sven entschieden. Also was mir besonders gut gefallen hat, wenn wir zum Beispiel an das Logo denken, ist, dass Sven wirklich sehr viel Zeit genommen hat zu verstehen, welche Werte will ich transportieren, wer ist meine Zielgruppe, wie will ich wirken und das bei der Erstellung des Logos hat einfließen lassen und nicht nur aus einer Bandbreite von verschiedenen Optionen eine gewählt hat, sondern sich wirklich die Zeit genommen hat, zu Beginn zu definieren, was steht wirklich dahinter, was will ich erreichen und auf dieser Basis dann Logo-Vorschläge erarbeitet hat, die dann auch wirklich sehr gut passen. Das Logo ist gut angekommen, weil es am Ende authentisch war und wirklich zu mir gepasst hat, sodass die Leute gesagt haben, das bist du. Ich kann die Zusammenarbeit nur sehr empfehlen. Mir hat es sehr viel geholfen, mich auch in meinen Entscheidungen schneller gemacht, weitergebracht. Ich habe zusammen mit Sven reflektiert, welcher der beste Weg ist, den wir gemeinsam gehen und habe diesen dann auch schnell umgesetzt und wer die gleichen Ergebnisse erreichen will, der sollte zum Hörer greifen. Wir haben zusammen eine Postkarte entwickelt, die wir dann an Kunden versendet haben und ich habe ganz eindeutig in den Rücklaufzahlen gesehen, dass die Karten, die wir mit Sven zusammen entwickelt haben, deutlich, ich würde sagen sicherlich 30 bis 40 Prozent bessere Rücklaufquoten hatten, als diejenigen, die wir vorher verwendet haben. Für mich war am Ende entscheidend, dass wir sehr schnell vom Design zum fertigen Flyer am Ende gekommen sind, was ich so alleine nicht erreicht hätte. Das heißt, die Zeit von wir setzen uns zusammen und definieren die Message, die wir senden wollen, bis dann auch wirklich zur Distribution, zur Verteilung am Ende, die hätte ich alleine so schnell nie realisieren können. Also als ich meine eigene Kampagne gemacht habe, saß ich vor dem Telefon und habe gewartet. Und nachdem wir dann die Kampagne mit Sven umgesetzt haben, musste ich eine neue Telefonlösung integrieren, um die ganzen Anrufe wirklich auch abarbeiten zu können, die dann wirklich reinkamen und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich würde anderen Unternehmern raten, nicht zu lange das eigene Süppchen zu kochen, sondern sich wirklich professionelle Expertise ins Haus zu holen, um so einfach die PS schneller auf die Straße zu bekommen.